hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wir haben zuletzt ja die waffenkammern gesichert und feindliche verstärkung wir brauchen die hier draußen so farb Ja, stimmt. Es ist noch nicht mal weit. Na los! Ich habe keinen Strom! Wir werden festgesetzt! So, ich bin ein Schiff! 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 Weiche 3-1, 2-1, weit im Anflug! Bereit zum Einsatz! Wie lautet Ihre Position? 3-2, 3-1, Sie müssen am Stirn Ihrer Stimme zu hören! Verbündet in den Hangar! Neben von der Rollbahn ausgeschossen! Auf dem Flug und Verschüsse! Roger 3-1, 2-1 im Anflug! DLM Visier. Bereithalten für Beschuss. Wo denn? Raketen abgefeuert. Feindlichen Panzer zerstören. Guter Treffer. DLM Visier. DLM Visier. Neubewaffnung. Bitte beantworten. 230mm geschossen worden. Geht raus. DLM Visier. Ja, den habe ich. Feindlicher Panzerwagen am Boden. Rakete feuern. Feindlicher Panzerwagen zerstören. Jetzt hinter den Fußverdaten her. Raketen sehr bei Ziesabon. Ausfalten. Der Nixer ist erledigt. Das ist die Sache. Gute Wirkung. Gute Wirkung. Scheiße. Wir können sie verfolgen oder stoppen. Wer ist hier keiner mehr? Wer soll ich den verfolgen? Alle Ziele zerstört. Keine Feindaktivitäten auf der Räuber. Over. Verstanden, Beifer. 1-1. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, bitte. Verbleiben uns bei uns. Das ist nicht. Danke. Du tötest also, Russen. Nur die Bösen. Es war ein großer Sieg für Ursikstar. Danke. Bitte gerne, Schenk. Wir sind ein gutes Team. Ja, wir haben Zeit gewonnen. Aber Barkov schlägt zurück. Wie wir auch. Alex und Commander Karims Truppen haben General Barkovs Operationsbasis zerstört. Die russischen Luftstreitkräfte in Ursikstan sind vorerst geschwächt. Wir müssen schnell agieren. Sergeant Garrick, dank der Infos konnten wir die für Piccadilly verantwortliche Alcatrazelle zu einem Haus in Nordlondon verfolgen. Okay. Drei SAS-Teams gehen rein, um sich ein Bild zu machen. Wenn der Wolf das gestohlene russische Gas in Ursikstan hat, müssen wir ihn finden. Achtung, es könnten Zivilisten vor Ort sein. Augen auf, bevor ihr schießt. Griechen. Das kriegen wir hin. Augen auf. Also, ich bin immer noch gespannt auf die komplette Kampagne. Siehle voraussert. Was kann losgehen. Also, meine Flasher-Spiel momentan ziemlich. Bravo 6, nähere mit dem Garten hinten. Bravo 6, hier sind aber zwei. Unterwegs in die westliche Gasse. Bestätigt. Das ist ein Kursum, ich hin. Bravo 6, wir gehen rein. Ich setze Wasser auf. Still. Wir nehmen Kontakt zu einer ultranationalistischen Gruppe auf. Nach den Angriffen übernehmen Sie den Orten. Vertrauen dem Mord. Wir nehmen den Forderlern an. Warum tun wir das? Kein Fehlschlag. Dank deiner toten Brüder. Es sollten aber doppelt so viele Tote sein. Es läuft in allen Nachrichten. Das ist der Punkt. Das ist Engel. Was soll ich jetzt machen? Tja, jetzt John. Al-Katala ist jetzt in aller Munde. Wir müssen uns mit den anderen absprechen. Paris, Moskau, München. Und die Ani. Bald. Komm, geht es jetzt in aller Munde. Wo bleibt denn der Tee? Jess? Was zur Hölle macht sie da? Sie sind hier! Oh, schau! Sicher. Alter 3, geh durch die Vordertür rein. Ich komme ja nicht weiter. Sie sind hier den ersten Stock. Zur Treppe. Bravo 6, hatte nichts zur ersten Etage. Feind getroffen. Nein! 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 Zwei Ziele ausgeschaltet. Bestätigt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu alles noch sagen soll. Faktor! Etage sichern. Erste Etage gesichert. Mir nach. Das ist so heftig. Sechs gehen in die zweite Etage. Da möchte man auch gar nichts sagen. Vor der Tür! Da rein! 3-1, schnell hier rauf! Roger. Kumbe. Blenderade von 2-6. Warte! Reintal! Schlafzimmer gesichert! ... ... ... ... ... Schlafzimmer gesichert! Was ist hier für ein Kind? Etage gesichert. Treffpunkttreppe. Bravo 6, übernehmen die dritte Etage. Hier sieht es aus ohne Nachtsichtgerät. Gezielte Schüsse. Hände auf, los! Nicht bewegen! Mit Gewahrsam nehmen. Das Kind soll still sein. Etage sichern. Geziehen! abgeschlossen runter sofort runter nicht schießen bitte nicht bewegen sie haben mich eingesperrt alle teams gebäude sicher extraktion starten wir stand im bus durchsuchen sergeant irgendwas ist hier scheiße sie wollte nach dem zünder greifen zum glück haben wir sie ausgeschaltet war das das richtige sir darauf kannst du wetten wir kennen die position des wolfs der dachboden des al-qatala gebäudes war eine goldmine sieht aus als haben wir den wolf gefunden wir haben die kommunikation vom laptop zum rheinland-sagreinhaus in ursistan zurückverfolgt wo sich der anführer von al-qatala verschanzt hat farahs truppen beobachten terroristenaktivitäten im krankenhaus währenddessen rückt ein marine bodentrupp zum komplex vor echo 3 1 schnappt sich den wolf zur befragung über das gestohlene russische gas meine soldaten sagen mir sie sind im krankenhaus al-qatala und zivilisten als menschliche schilde sie überschützen jemanden oder etwas finden wir es raus alles ruhig schwester hat dir ist mein bester schütze du kannst ihm vertrauen all meinen leuten die marines wollen ihr pfund fleisch sie haben das kommando ich sagte wir helfen euch und du hältst dein wort das ist nicht der grund dass ich das mache die invasoren meines landes haben keine achtung vor dem leben das gas tötet alles sogar unser essen wer so etwas tut ist mein feind keine ausnahme keine al-qatala hat mein volk in verruf gebracht und wir bezahlen teuer für ihre verbrechen ich will den wolf bestrafen du bist dabei sein wenn wir ihn preis übergeben und du wohin gehst du nach all dem was sagen die mir du hast keine wahl nicht wirklich geh schlafen morgen wird wichtig und was ist mit euch wir sind hier bis sonnenaufgang ich übernehme die ecke wir müssen zum ende der straße halber kilometer ich lauf mit den marines echo 3 1 sergeant gregs immer und mich alex keine einheimischen guckt nicht mich an bist du karim immer gute arbeit mit den russen wir teilen freunde und feinde viel glück schuldwerk die die hier gibt es wirklich jede menge ziele auf die fenster achten die guten sind hier kaum von den bösen zu unterscheiden verfickter scheiße die men 1 2 viper 3 5 viper wo sind sie viper rücken nach dort zum kontrollpunkt umar vor 1 2 verstanden treffen uns in einer minute an der mit die die steck erledigen sie das die urteg 3 1 entfernt entscheidend folge dem konvoi und bleib dicht dran hier oben auf der erhöhung das nest von hier aus ab zu fackeln hier 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 Feindliche Fahrzeuge kommen! 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 Mist. Mist. ich hab jetzt gedacht es wäre nicht ganz so verkehrt was ich da tue aber anscheinend ja Das war's für heute. 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 Yo! Das war's für heute. 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 Bis dann, euer Hunter. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.